Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf der Betamont Beta. Ich sehe jetzt mal das Kartoffelfeld hier fertig. So weit das hier auch geht. Und dazu ein bisschen Musik. Jetzt nur ein kleiner Test bei Lautstärken, weil ich denke das passt eh wieder nicht. Aber es läuft ganz gut. Mal einen kleinen Test. Ich muss die Musik leiser machen. Oder ist das nur bei mir so laut? Läuft auf jeden Fall. So, speichern wir mal. Ja, einiges zu tun. Ich weiß gar nicht wo du anfangen sollst, wenn du zu viel zu tun hast. Aber so macht es schon weniger mehr. Wieder mehr Spaß auf jeden Fall. Ja, da müsst ihr noch ein wenig mehr Kommentare und Anregungen da lassen. Jungs und Mädels. Sonst ist das alles einseitig vielleicht. Ich bin ja gerne bereit von euch Wünsche und Empfehlungen entgegenzunehmen. Aber wenn ihr stille Genießer seid, ist das natürlich auch nichts verkehrt. Das bin ich eigentlich auch ehrlich. Dieser kleine Zipfel da im Feld ey. Da hätten wir uns auch sparen können. Oh ja, rückwärts da. Also Skillbox ist schon sehr cool, finde ich. Das ist wirklich wieder eine andere Art des Spielens und ich weiß schon ganz genau, warum ich mir sowas bis zum Ende weg aufspar. Naja, es ist wieder einen neuen Reiz und NS wird halt so nicht langweilig. Das ist alles, was NS ausmacht. Vor allem am Computer, also nichts gegen die an der Konsole. Ich habe es auch für die Konsole runtergeladen, weil es mal im Playstation Store war, aber ich habe es nicht einmal besetzt. Vielleicht habe ich es einmal gespielt. Ich habe das Längrad noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert an der Konsole mit dem LS. Aber ja, am PC hast du einfach zack, 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 haust dich rein, was du reinlauen willst. Lädst das runter, rätst das runter. Weiß nicht, Playstation habe ich da andere Spielebensinn. Also das Simulator zu zocken, Landwirtschaft Simulator. Da habe ich extra einen PC geholen und das dann auch benutzt werden. Aufnehmen könnte ich wahrscheinlich auch über den Fernseher. Das sind ja Smart TV Möglichkeiten, weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der am Rechner, am PC-Monitor sitzt, sondern eben hier auf der Couch, schön entspannt, über den CV-Kühlschirm alles genießt. Ja, ne, also, die Temperaturen sind ja kaum auszuhalten zur Zeit, ne. Ich bin nicht über jeden Freund, der im Keller wohnt, bei einem Dachschoss, ist das hier echt kein Spaß mehr langsam, ey. Da geht es auch noch rauf. Geht gerne mal da außenrum, dass das Feld passt, ne. Das ist P5, das ist eine Wiese, das ist der Feldrand bestimmt nicht so schön, das ist Später-Version, die sind schon auf den 29er Feld, denke ich, wir können da mal ein paar Helfer starten, ist da wegen was vorangeht, klar ich muss aber alles erstmal anziehen, was hier auch kein Problem ist, ich glaube die Musik ist jetzt ein wenig zu leise, ich höre nichts davon, ist aber auch egal, oder? Ja, so weit sind wir dann durch, oder? Da bläst er, jawohl, oder? Ja, was gibt's Neues? Morgen ist Montag, würde ich sagen, also muss ich das Video heute hochladen, je nachdem, wann ihr das Video schaut, dementsprechend ist der nächste Tag oder andere Tag, ne? Ich hab mir jetzt weiter noch keine Gedanken gemacht, was wir kaufen, was wir anziehen, wie wir weitermachen, jetzt kommt das alles noch, spontan! Jetzt fahren sie ja rückwärts auch so schnell, ne? Ja, da muss ich aufpassen! Ah, jetzt kein Problem! Ja, 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 hier bleiben! Ein riesen Wendegar ist das Ding, ey! Da wollen wir die Hecke wenig platt! Dann haben wir das Ding auch gleich geschafft, oder? Ging ja wohl lang genug, ich glaube drei Stunden, wenn das nach dem Zehner-Stand auf dem Kulto wichtig wird! Ne, ich weiß noch, was ich noch mit ihm gemacht hab! Ist auf jeden Fall sehr geil! Wir könnten alle die Fahrtüchter im Bildschirm noch anzeigen, das wär geil! Ja, vielleicht haben wir da dran an Watt drin! Ja, die Musik kommt auch wieder! Ja, wir können ja auch auslassen! Ist gleich besser, ne? Sagt ohne Feedback! Auch nicht das schlecht beurteilen, ne? Jungs und Mädels! Schon so viele Ideen, was man alles platzieren kann! Das klappt ja gar nicht! Aber jetzt haben wir das Ding echt einmal geschafft! Und keine Kartoffeln, oder? Und da ist noch ein wenig was! Müssen wir mal schauen, oder? Ist da die Karte sacht, ey! Wir haben da unten noch Drive Control und G-Box Addon gemischt! Ja! Hat nicht richtig funktioniert, so wie ich wollte! Aber zum Zocken reicht's auf jeden Fall! Das passt! So, na! Kann man die jetzt zusammenklappen? Mhm! Ja, dann schauen wir mal, wo es jetzt das nächste hingeht, oder? Was die Karte sacht, ich glaub nix gutes! Die Glittermann schon wieder! Ich hab viel chance, eh? Kein Geld? Von 95.000? Ja, 70.000 Litts. So, was sag ich, ne, ne. Das kommt nie, aus dem Mischen! Das sind schon einiges, Flugzorten, aber nicht was mitgehörn, ne? oh, Ende reif! Entschuldigung, lassen wir aber auf dem dunklen orangen Status klar reifen. Da drüben sind 3 Fehler. 42, 41, 45. Die Puber ist die 44, das kann man auch ansehen. 42 auch, 45, 50, 41, das sind alle die Kürböele. Kleine Grasfelder. Dafür habe ich 2 Felder angesehen. Jawohl, das sieht man, dass es ein wenig verzogen ist. Aber ich kann auch alles zucken. Ein echter Sarko-Karten, die ständig aufgezeugt wird. Ja, Samantha, Weizen. Alles Weizen. Und das Filder können nicht, die Gäste? Doch. Dann machen wir aus dem Grübel-Fild. Boah, was sind ganz viele Kartoffeln. Eigentlich können wir mal gar nicht mehr gemacht. Das ist ein schöner Schlagkartoffeln. Was steht denn da? Das ist der Shop. So. Da sind wir, da sind die. Boah, kannst du ganz schön ansehen, ey. Haben wir was zum... Na, wir wollen sie noch ein wenig reifen lassen. Und wir fahren jetzt schon mal. Ja, nächstes Feld. Da sind wir einen Helfer. Crossplay haben wir ja drin. Müssen wir einen Helfer mal Crossplay machen. Ja, ein Feld mal Crossplay machen. Und wir fahren jetzt zum nächsten Feld. 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 So, ganz außerhalb. Also da sieht man schon, es sind keine kleinen Felder auf der Web. Ja, schon klein dran. Mit einer großen Maschine, einem Big Quad und ja, was es alles so gibt. Kannst schon was aufbauen hier, ne? Dann schauen wir mal danach, was irgendwann wieder mitfahren will. Der ist ja eigentlich oft immer am Feld. Ja, das 45er Feld ist natürlich da. Ist doch fertig. Geilala. Wusste ich, also habe ich schon einiges gemacht. Aber ich habe das auch an Helfer machen lassen. Kann auch sein. Und wir gleich aufhören da, oder? Ja, dann ist es dann unten um den Feld 30, ne? Dann schauen wir mal, ob es funktioniert, wenn es zugekloppt ist. Na, ich denke, ja. Was macht denn der Automatik? Wie einfach ist das? Wie einfach ist das? Oh, nirgends leer. Hm, soll ich es wegschalten? Ja, aber ich vergleiche, wenn das alles automatisch macht, aber der Sound da ist, ne? Oh, nirgends leer. Oh, nirgends leer. Oh, nirgends leer. Oh, nirgends leer, nirgends leer. Und fahren wir dann einfach rechts. Oh, nirgends leer, nirgends leer. Oh, nirgends leer, nirgends leer. Schöne Hallen einfach einwandfrei, das ist nur was geiles. Oh, nirgends leer. Oh, 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 so gehts zum Felder. Nächste Einfahrt wohl kaum. Nö. Na, gehts auch zum Felder? Schauen wir mal. Mal rauskommen. Boah. Nö. Ich will mal die Nachbarn. Campingwagen, ey. Da geht's zum Köln auf. Aha. So, so. Umdrehen kann man gut. Und das wollten wir ja auch. Dann fahren wir doch die Einfahrt nachher, nicht da durchs Gebüsch. Und dann muss er sich auch eine schöne Einfahrt machen. Und wir die auch benutzen, ne? Alter. Olle Zeibold, der schiebt auch immer, wenn es da übers Grundstück fährt, ne? Dass der mit dem Abend auch schlecht. Und ein Bier uns abknüpfen will, ne? Weil wir können ja die im Bett haben und nix, ne? Sie können ja Brauerei haben, wundert mich an. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Wie geht's da und ein aus? Ja. Ja, das schadet mal, oder? Gibt ja schon einen Schwenker, der einfach nicht mehr lässt, ne? Ah, ne, ist das geil. Jetzt geht's zum Bällen, ne? Ja, sind wir schon. Und mal kostenlos ausprobieren, ne? Na, oder? Aber ich sag' ich Becken jetzt nicht. Wie geht's eigentlich dann, ne? Ja, sonst... Ja, sonst... Wird es nix, ne? Alles selber machen Lust. Lass mal nach hier anfangen. Ganz einfach. Echt 30. Echt 30. Fehl 30 sind wir auf jeden Fall. Also im Osten, oder? Osten... Nord-Osten kann ja starten, denk' ich. Aber es geht zu schräg, ne? So... Ost-Ristelle. Keine Ahnung. Bus-Pay macht das eigentlich nicht gut. Nochmal da... Feldarbeit. Kurs ignorieren. Feldkurs... Bahnfahrt freut mir auch nicht. Können wir mal... auf dem Feld langsam machen. Knicken, knicken. Knickwärts. Kraftstoff-Barbonus aktiviert. Schaltkontrolleinstellung automatisch. Knickwärts. Binde... Pass mal so. Start ist auch nix für uns. Kraftstoff-Tanksteine auch... Traktor... Letztes... Können wir auch nicht. Wo fällt er denn? Sind wir soweit... Das kannst du wohl auf der Map vergessen, ne? Das kannst du wohl vergessen. Dann haben wir einen Helfer. Na gut. Einmal starten. Kann man doch eigentlich... Wo ist denn der Helfer? Ne, ne, ne. Gut. Ja, brennen wir nicht. Spurreise. So, umschalten links auch. Offsetbringern jetzt. Aktiver links. Kreisfahrt. Pass. Dann... Legen wir hoch. Legen wir hoch. Spuren zeigen. Pause. So. So. Vorgewinde von 11 Meter. Okay. Do your thing. Da muss jetzt nicht starten. Aber wenn er den Rand hat... Müsst's klappen, ne? Jawoll. So. Schauen wir mal, wie gut das mit dem Zaun funktioniert, oder? Schauen wir mal, wie gut das mit dem Zaun funktioniert. Jetzt haben wir ja dann... Wir sind auf einem anderen Hof mit dem Walder, den Käse können wir uns Saatgut holen oder? Wir haben auch noch etwas. Dann geht es nämlich schon wieder los. Ja, da schreibt uns nichts vor. Und ein bisschen das Saatgut. Ja, kann man eigentlich ausmachen. Das sind ja bisher schon übergang, denke ich. So, da. Baletten. Noo. Saatgut. Das kostet nämlich Gwanda da. Das kostet Gwanda wieder. Ja, weil sonst schaltet er ja ständig die Automatik an. Wie dann jetzt das schalten wird. Na, mal so. Wie. 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 Hm. Wie. 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 Da hadef. Wie. Die kosten nur 10 Stück bis 9000, laust du. Okay. Hab ich gesehen. Ja, ich muss da nichts mehr drücken, ey. Das reicht. Oh, das ist ein Handbirnsergrößen. Oh, das ist ein Strom, ey, das ist der. Wie mal ist das? No, einwandfrei. Es läuft irgendwie gefuckst. Der lässt schon sein Vorgewende. Der lässt schon sein Vorgewende. Oh, das ist der. Schauen wir dir mal kurz zu, wenn wir außen weg sind. Ich bin kein Objekthelfer. Ilona, ne? Schön, Maxis. Aber es ist auch ein Kinderspiel mit dem Face, ne? So, wie ich schon mal gesagt. Ja, der fällt halt schlecht zur... Aber, ne, ist mir wurscht. Hatte, macht seine Arbeit sauber. Ne? Und das macht sie. Können wir dann später nochmal nachschauen. Das wird wohl meine Einzelungen zusammenhängen. Aber... Dafür läuft mein Spiel dann auch flüssig, ne? Ich hab nicht wieder die letzten 2 Jahre nichts investiert. Bis wir jetzt mit den LS9 kommen, ne? Ja... Bis dahin genießen wir LS17 auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Ging wieder lang genug. Ne? Ich freue mich über jeden Like, Daumen und Kommentar. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Servus!